Hallo und herzlich willkommen zu Luigi's Mansion 2 und der Mission B5. Spitzreiß aus, im letzten Part hat uns nämlich der Hund den Schlüssel für den großen Baum geklaut und den versuchen wir jetzt mal einzufangen. Nun Luigi, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute zuerst. Der Geisterhund ist samt Schlüssel immer noch irgendwo in den Efeutürm. Und lass mich raten, du kannst mit deinem Paraskop orten. Die schlechte ist, dass er wie ein verschrecktes Frettchen von Raum zu Raum flitzt. Ich kann ihn mit dem Paraskop nicht orten. Oh mein Gott, schlitt! Doch, Kopf hoch! Die Lage ist nicht ausweglos. Unser Schlüsseldieb hat nämlich im Hof am Innenwall eine geisterhafte Pfotenspur hinterlassen. Wenn du dieser Spur folgst, wirst du den Kleinen im Nu erwischen. Sie ist mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Nur mit dem düsteren Licht wirst du sie sehen können. Alles klar, Luigi? Dann schnapp dir den Schlüssel, sonst hole ich dich nie wieder zurück. War nun Spaß. Viel Glück. Alles klar, freundlich wie immer ist der Igitt. Und ja, ich muss mich wahrscheinlich wieder erstmal an die Steuerung gewöhnen. Habe ja wieder sehr lange nicht mehr aufgenommen. Aber ich glaube, das kriege ich schon hin. Die Steuerung war ja nicht allzu kompliziert. Und ja, fangen wir mal den Hund. Und ab geht's. Da hinten tobt der sogar schon. Vielleicht kann man sogar hier schon was sehen. Ah, da ist er doch, oder? Ich hab ihn gehört. Der pisst grad, oder? Ach ne. Oh Mann, das Vieh ist echt nervig. Erstens, ich pisste es uns hier den ganzen Schlüssel voll und dann verschluckt er den auch noch. Echt. Unglaublich. So was geht. Naja, gehen wir mal hinterher. So, wo ist er denn? Ah, hier ist er lange gegangen. Das ist eigentlich die ziemlich coole Mission. Da ist er. Ah, ne, der ist ja hinten durch. Ja. Der ist schon im nächsten Raum. Schade. Aber egal. Wir werden ihn schon finden. Und dann auch einsaugen. Joa. Sozusagen gehen wir einfach mal in den nächsten Raum. Denn hier gibt's anscheinend nix zu holen. Kein Geld, gar nichts. Ah, aber hier. Unsere ersten drei Cent für die Mission. Und ja, die Steuerung. Die hab ich noch drin. So, wie ich mich hier so fühle. Und auch spiele. So, dann wieder passend. Gut. So müssen wir jetzt lang. Der war hier, oder? Hier rechts war er doch. Oh ja, hier ist er. Aha. Ja, er müsste jetzt hier sein. Oh yes, da ist er. Und so schleiß er auch wieder weg. Die Mission könnte aber ziemlich leicht werden, weil hier echt keine Geister kommen und so, oder? Boah. Da, 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 da ist er ja. Hä? Ist der verrückt, oder was? Versucht er uns hier umzumähen, oder? Ach, du Scheiße. Der ist ja ein toller Hund. Ja, ja. Der Hund. Der beste Freund des Menschen. Ist auch nur so eine Redensart, ne? Also, ich glaub das ja nicht. Übrigens hatten wir auch selber mal einen Hund. Der ist aber schon länger tot. Ja, ganz traurig. Aber naja. Das ist halt der Kreislauf des Lebens. Und, ja. Im Endeffekt ist mir jetzt auch egal. Der wäre mir jetzt auch ein bisschen viel Arbeit so ein Hund. Deshalb haben wir uns auch keinen neuen gegönnt. Stattdessen verfolgen wir hier in dem Spiel einen. Und der ist wohl schon entwischt. So, dann gehen wir mal hinterher. Ach, du Scheiße. Oh, ich hab schon zwei. Zwei Erschreckgeister auf einmal. Das ist gut. Besser schnell abziehen. Und die Goldbarren kassieren. Oh, da ist er. Oh, der Armband. Ach, der kann uns doch nichts, ey. So ein Loser. Wieder Loser. Und den haben wir auch. Komm her. Jawohl. Dann können wir jetzt dem Hund wieder nachgehen. Wow, was ist denn hier passiert? Hier ist ja gar nichts mehr. Hier war doch vorher alles voll von Gegenständen. Das weiß ich doch noch. So, komm. Boah. Alter. Hier wurden mal eben die ganze Innenausstattung geklaut. Die ganze Ausstattung hier. Ist ja unglaublich. Da oben ist noch was. Kann doch hier nicht. Hallo? Da haben wir noch eine Leiter. Und da haben wir auch natürlich den Buhu. Hallo, Signor Nina. Luigi, ich bin Don Buan. Und die Frauen fliegen auf mich. Hm. Das ist sehr schön für dich. Aber von mir kriegst du auf den Sack. Komm, den killen wir in einem Zug, oder? Ach, nicht im Ernst, ey. Gut, dass wir diese lang leuchtende Düsterlampe haben. Können wir direkt schon auf den abzielen. Und no problem das Ganze hier. So. Der Buhu, der war ja sowas von offensichtlich. Also wenn man den nicht findet, dann weiß ich auch nicht. Dann nehmen wir mal wieder den Geheimgang hier. Dann kommen wir wieder ins Treppenhaus. Luigi kriegt natürlich immer aufs Maul. Das ist ja ganz klar. Oh, ich sehe da gerade, da ist... dieser eine Geist. Den hatten wir, glaube ich, im letzten Part gefunden. Ja. Äh, ich glaube, der nennt sich Creeper oder so. So. Wo ist er denn hin? Ach ja, immer diese Pfotenabdrücke verfolgen. Das ist schon geil. Oh, er ist oben. Naja, wer hätte es ahnen können. War ja klar, dass er nicht zurückgeht. War ja auch ein bisschen lame. So, hier hatten wir bereits den Edelstein, ne? Ja, den Edelstein hatten wir. Dann können wir jetzt hier, denke ich, auch hochgehen. Und den Hund weiter verfolgen. Übrigens weiß ich auch gar nicht, ob ich jetzt noch alle Edelsteine machen werde. Weil ich werde auch vieles schon vergessen haben mittlerweile. Und ja, also ich weiß nicht, ob ich dann immer Lust habe, eine Mission zweimal zu machen. Nur wegen so einem Edelstein oder so, ne? Aber kann schon passieren, dass ich mal einen verpasse. Und dann sage ich einfach, nee, den hole ich jetzt nicht nach. Ich glaube, das könnt ihr auch dann eventuell nachvollziehen. Und ich glaube, hier war auch ein Edelstein. Aber wir haben schon alle, ne? Ja, wir haben schon alle hier. Und der Hund ist auch nicht hier. Alter. Geh die Treppe hoch. Okay. Dann gehen wir weiter. Okay. Ach, jetzt geht er doch zurück. Ja gut, wenn er das unbedingt will. Aha. Da ist er. Und. Hallo. Wo ist er? Irgendwo. Na, der ist wieder nach oben. Ach man, der ist doch nicht zurückgegangen. So. Oh, ein Geldgeist. Geldgeist, Geldgeist. Geldgeist, komm, gib dein Geld. Junge, ich werde dich doch wohl kriegen, oder? Jawohl. Bin doch gelacht. Hä? Wie zum Teufel konnte der jetzt entkommen? Gut, naja. Das lassen wir mal dahingestellt. Ach so, da war eine Fledermaus. Die habe ich gar nicht gesehen. Die war voll dunkel. Alter. Das sah jetzt bestimmt obermäßig feindlich aus, aber. Oh, da fliegt eine in Slowmotion lang. Eine goldene Fledermaus. Kriegen wir noch. Die kriegen wir noch. Die kriegen wir noch. Komm. Da ist sie. Ah. Kriegen wir das Geld? Nein, es ist draußen. Ey, schon wieder so eine Kack-Fledermaus. Das sind die einzigen Gegner, die mir hier schaden zu viel. Wintergarten. Oh. Ja. Oh, da haben wir noch einen Creeper. Die heißen wirklich Creeper. Genau wie in Minecraft. Alter. Gib her. So, dann wird der ja wohl hier sein, ne? Natürlich ist er hier. Komm her. Dahinter ist er. Jetzt kriegen wir den nicht. Jetzt muss ich erst den da rumbringen. Ja. Kein Problem für uns. Holen wir uns den Hund. Komm. Ach. Oh, man. Luigi. Du bist ein Opfer. Oh. Boah. Ich hab direkt alle drei. Boah. Oh, Mann. Das hat nicht ganz gedroht. Nochmal. Ich glaube, man muss hier auch immer loslassen. Ja, genau. Den Fetten haben wir immer nicht loslassen. Du kriegst immer zwei. Und dann los. Dann nochmal. Ja, so kriegt man das hin. So kriegt man das hin. Genau so. Oh, komm. Alter, so viel Leben haben wir abgezogen gekriegt. Das ist nicht gut. Naja. Da können wir nichts machen. Epische Rabennestdrücke. Na, wo füllen uns der Hund denn noch hin? Das ist ja unglaublich, wie er jetzt hier von Raum zu Raum scheucht. So, wo ist er denn jetzt? Ich will jetzt schon gern wissen, wo der ist. Bin ich hier falsch? Kann das sein? Boah, wir sind aber auch Geister. Boah, ich hab grad gar keine Ahnung, wie der Hund irgendwie gegangen ist. Aber er muss ja leider angegangen sein, ne? Also. Ich geh mal einfach weiter. Ich geh mal einfach weiter hier. Ich weiß es nicht. Nö. Hier geht's nicht weiter. Hier sind wir falsch. Oh, fuck. Wo ist der hin? Also, es gibt noch einen Raum da. Einen Raum ist noch umdurch hier. Oder ist er hier? War der hier irgendwo? Ich bin mir nicht ganz sicher. I'm not sure. Hm. Was ist der denn hier? Hier sind nirgendwo Spuren. Ist grad ein bisschen komisch. Oh, da ist er ja. Ist er jetzt hier? Ne. Ich geh mal in die Toilette. Gucken wir mal rein. Oh yeah. Das gibt Money. Das gibt ordentlich Kohle. So. Und da ist er. Können wir jetzt endlich... Immer noch nicht. Jetzt müssen wir zurückgehen. Unglaublich. Dieser Hund. Boah, jetzt können wir hier ein Triple-Pier machen. Kommt her. Alles Opfer. Mit einem Saug. Alles weg. Wo muss das sein? So, jetzt... Hier müsste er wieder sein. Aha. Sieht gut aus. Ne. Hä? Hier. Jawohl. Da ist er. Und? Ist jetzt vorbei? Ist gut? Jawohl. Ja, jetzt können wir einsägen. Jetzt ist er auf einmal gelb. Jetzt sieht er irgendwie kapischt aus. Komm, 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 komm. Yes. Oh, das gibt's bei Herzen. Yay, und da ist unser Schlüssel. Huh. Yeah, hol dir den Schlüssel zurück. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Hurra, war's. Lange wert, wird endlich gut. Bravo, Luigi, damit haben wir den Streuner und den Riesenschlüssel. Und dabei wollte der Kleine doch nur spielen. Na, fürs Erste muss er sich mit seinen Freunden unten im Gehege begnügen. Dann bitte festhalten, mein fernen, äh, fernenlesender Freund. Gleich geht's nach Hause. Oh, und ich seh grad, mein DS ist richtig hartrot. Shit, ich brauch ganz schnell ein Aufladekabel. Oh mein Gott. Das wird knapp. Das wird knapp. Das wird knapp. Gut, dass das hier unten ist. Boah. Mist. Scheiße. Unprofessionell, aber ich hab's. Ich hab es. Komm, komm, komm. Ja, da ist es. Sauber. Oh, wir haben drei Sterne dran. Geil. So. Wieder sind drei Sterne Missionen. Ich hab grad gesehen, also, als ich nochmal geguckt hab. Wir haben ja fast alles drei Sterne gemacht hier in dieser Welt. Das ist echt geil. Schade nur, dass es nix bringt. Einfach nur... Joa. Willkommen zurück, Luigi. Dann lassen wir in kleinen Kugelblätzen eins Gehege. Und... So, da haben wir einen neuen Buhu. 702 Reichtümer. Das hält sich ja noch in Grenzen, das Geld. Hm. Huch. Nicht im Ernst. Oh ja, er will uns noch weiterhin auf den Senkel gehen. Äh. Ich tritt der Storch. Wie ist der Kleine aus dem Schreckweg 0915 entfleucht? Ich muss wohl die Dichtungsringe austauschen. Aber das hat Zeit. Schnell, zeig mir mal den Schlüssel. Nichts lieber als das, Igitt. Da ist das gute Stück. Igitt. Der ist ja ganz zerkaut und voller Ektoschlammer. Ich gebe ihn meinem Tod zum Saubermachen. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Du musst wissen, meine Analyse unserer beider Finstermundstücke ist gerade abgeschlossen. Spektrogene Parakomposition, Fernmann, Astrographie, Ektolüse, der ganze Spürkus halt, ne? Einfach ausgedrückt habe ich unsere Finstermundstücke gefragt, wo ihre Freunde sind. Und sobald ich die Daten in meinen Paraskop eingebe, wissen wir exakt, exakt, wo wir hin müssen, Mann. Dann kannst du weitermachen, Digga. So, Spitzreiß aus. Haben wir erfolgreich geschafft. Bin ich auch sehr froh mit. Und weiter geht's dann. Nächstes Mal. Mit Wipfelstürmer, dem Boss der Efeu-Türmer. Ciao, Leute.